Eine Menge Fragezeichen, also noch zur neuen Schule feststeht, aber übermorgen, da beginnen die großen Ferien und da holen wir uns jetzt mal ein bisschen Urlaubsstimmung mit Salza im Ruhrgebiet, mit kubanischer Lebensfreude mitten in Essen. Das ist ein neuer Trend, schwer im Kommen und da ist es auch ganz egal, wenn es drumherum mal ein bisschen anders aussieht als in der Karibik. Kubanisches Flair direkt an der A52 in Essen-Rüttenscheid. Das Parkdeck eines Autohändlers wird hier jeden Abend zum heißen Pflaster. Hier treffen sich versteckt hinter Häuserfassaden Salza-Fans aus dem ganzen Ruhrgebiet. Zu temperamentvoller Latino-Musik lassen sie ihre Hüften kreisen und schlürfen karibische Cocktails. Pedros Cuba Lounge ist nur unter Insidern bekannt. Alle möglichen Nationalitäten und Kulturen treffen auf der Terrasse oder hier im Tanzsaal aufeinander. Auch die elfjährige Lucia aus Mülheim hat das Salza-Fieber gepackt. Es macht mir wirklich Spaß. Meine Eltern sind hier zuerst hingegangen und da dachte ich, nee, das ist nichts für mich. Dann haben sie mich einfach mal mitgenommen und fand ich es einfach richtig toll. Das ist ein bisschen wie Urlaub. Es macht Spaß und fördert den Körper und die Beziehung zur Frau. Und für Sie, wie ist das für Sie? Für mich ist das Bewegung. Man ist gut drauf und man schaltet ab. Das ist eine Stunde Karibik. Un, dos, no de füße. Un, dos, tres. Combiné mi de chulta. Un, dos, tres. Das kleine Stück Karibik hat Pedro Perez nach Essen geholt. Schon als kleiner Junge tanzte er in den Straßen Havannas. Jetzt bringt er den Ruris in seiner Tanzschule kubanisches Feuer in den Körper. Den perfekten Hüftschwung muss aber niemand draufhaben. Salsa macht einfach nur gute Laune und vertreibt für ein paar Stunden die Sorgen des Alltags. Wie auf Kuba. Bei uns auf Kuba, wir haben andere Probleme. Also vielleicht, meine Sicht, andere Probleme, die größer sind. Trotzdem durch den Tanz, die Musik kann ich ein bisschen ausgleichen. Warum soll man das in Deutschland auch nicht sein? Die haben sehr viel Stress, sehr viel Verantwortung und die müssen immer pünktlich sein. Deswegen, also besser als Salsa. Bei schönem Wetter zieht es die Essener-Kuba-Szene auch mal raus. Denn karibisches Flair haben wir auch am Baldener See. Mit der mobilen Musikbox geht die Party heute Abend hier weiter. Ein Flair, fast wie am Strand auf Kuba. Ich bin sehr süchtig nach Salsa. Seit zwei Jahren. Ich kann nicht mehr ohne Salsa. Verspannung in den Schultern und dergleichen, die sind einfach passé. Weil dadurch, dass man sich permanent bewegt und auch wenn man Zugang zu seinem eigenen Körper bekommt. Ich fahre abends meistens mit dem Grinsen im Gesicht nach Hause. Ja, so schön ist das. Ja, das ist entspannend, ne? Ja, das ist wirklich entspannt. Au! Und die Party ist noch lange nicht zu Ende. Auch nach Sonnenuntergang wird weiter getanzt, bis die Füße qualmen.